Generell, dass er hält, habe ich allerdings wenig Hoffnung. Ich will da gar keinem zu nahetreten von der Eintracht, sondern der Rasen ist einfach nicht gut. Er ist sehr schmierig, sehr weich. Ich glaube, nach dem NFL-Spiel ist der Naturrasen einfach nicht mehr angewachsen. Aufgrund von Wettereinflüssen in so einem Stadion wächst es generell eh sehr schwer, weil wenig Luftdurchzug ist, wenig Sonneneinstrahlung, ein Tick auch weniger Regen hinkommt und so weiter und so fort. Da wächst es einfach nicht so gut an und er ist nicht gut angewachsen. Ich mache mir jetzt um das Fußballspiel, als soll es keine Sorgen, eher um die Verletzungsgefahr für die Spieler, die, wenn es blöd läuft, auch mit Kreuzbandrissen oder Ähnlichem enden können. Und das ist einfach das Problem an der Thematik. Das ist jetzt bei so kleinen, leichtfüßigen Spielern nicht so schlimm, aber wenn da ein 90-Kilo-Spieler mit, ich spreche mal von Kyle Walker, mit knapp 37 läuft und das Geläuf hält einfach nicht, dann ist es so, wie man im Winter mit Sommerreifen fährt. Das ist auch meistens nicht so gut für die Unfallprophylaxe. Deswegen ist es nicht so optimal, aber es ist, wie es ist. Wir müssen damit umgehen und das Beste aus dem Rasen machen.